Ein sehr hart umkämpftes Spiel, denke ich. Ähnlich wie Paderborn haben, denke ich, spielerisch auch einiges drauf. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Die Woche hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Wir sind fit, wir sind gewollt Punkte zu holen. Es ist nach wie vor so, dass wir wissen, dass wir weitermachen müssen, dass wir uns nicht ausruhen können. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das Training intensiv war, dass wir hart gearbeitet haben, dass wir auch mit Spaß gearbeitet haben. Ich denke, dass wer jetzt die Woche mal gucken war bei uns, der hat das gesehen und ich denke, genau das ist der richtige Weg. Mit vielen Spielformen und viel Energie haben wir die Länderspielpause überstanden und freuen uns jetzt auf Samstag. Bis zum nächsten Mal.